Hallo zusammen, wenn der Kryptomarkt auf dem Weg nach oben mal einen Rücksetzer macht wie gestern und heute, dann ist das einerseits ja immer ein bisschen doof, weil eben hatte man sich ja gerade erst daran gewöhnt, jeden Morgen ein Plus im Portfolio zu sehen und auf der anderen Seite ist das ja immer die Gelegenheit nochmal nachzukaufen. Und das hier, das ist ja nur eine technische Korrektur, der Trend ist ja noch voll intakt mit dem kommenden Ethereum ETF und den ganzen Zuflüssen in den Bitcoin ETF. Da hat sich nichts geändert, also wird der jetzt kaum zu Ende sein, also der Aufwärtstrend. Aber was, wenn man jetzt einfach nicht genug Kohle flüssig hat, um jetzt bei den günstigen Preisen nochmal zuzugreifen. Und in diesem Video zeige ich euch eine Möglichkeit, wie ihr mit einer kleinen Anzahlung bei Nolos.io den aktuellen Kurs für euch einfrieren könnt. Und dann könnt ihr später Bitcoin oder Ethereum oder von mir aus auch TIA zu den günstigen Konditionen von heute nachkaufen, während für alle anderen die steigenden Preise gelten, wenn der Markt jetzt wieder hoch geht. Und Nolos ist eine dezentrale Plattform, die im Kosmos-Ökosystem läuft. Und in diesem Video zeige ich deshalb auch, wie man ganz einfach Assets von Ethereum oder von Arbitrum rüber zu Kosmos bekommt. Also einen super bequemen und kostengünstigen Weg für Einsteiger. Und wenn ihr also mal reinschauen wollt ins Kosmos-Ökosystem, dann zeige ich später in dem Video ein paar Sachen. Also eigentlich ehrlich gesagt alles, was man braucht, wenn man Kosmos jetzt mal ausprobieren möchte. Das Ganze basiert darauf, dass Nolos eine Art dezentrales Leasing-Modell anbietet für Kryptoassets. Nach dem Motto, Krypto jetzt kaufen und später bezahlen. Und jetzt kaufen, das will man ja, weil die Preise schön unten sind. Und später bezahlen, das will man natürlich auch. Klar, weil die Kurse dann wieder oben sind und dann ist man ja auch wieder flüssig. Und Nolos findet ihr hier unter nolos.io und hier kann man eine ganze Menge an Assets leasen, wie zum Beispiel auch Bitcoin oder Ethereum. Man könnte also problemlos versuchen, auf einen ganzen Bitcoin zu sparen, wenn man jetzt den entsprechend langen Atem mitbringt oder von mir aus auch genug Eigenkapital. Und in meinem Video hier geht es darum, mit einer Anzahlung von nur 1000 USDC Ether im Gesamtwert von gut 2500 Dollar zu kommen. Dazu leiht mir Nolos einfach den Rest und ich kann dieses Darlehen dann so langsam abstottern, wie ich will. Ich habe also keinen Zeitdruck und muss auch keine Raten zahlen. Ich kann einfach, wenn ich was Geld übrig habe, mein Darlehen weiter begleichen. Und sobald das Darlehen dann abbezahlt ist, kann ich die Ether behalten. Das heißt, ich sichere mir den aktuellen Einkaufspreis, muss aber jetzt noch nicht alles bezahlen, wie beim Leasing also. Und ich kann jederzeit die geleasten Ether abholen, wenn ich dann irgendwann wieder flüssig bin. Und alles, was ich brauche, sind USDC auf zum Beispiel Osmosis, um meine Anzahlung zu machen. Und Osmosis ist ein Exchange auf Kosmos und gleichzeitig auch eine Art Drehscheibe für Assets auf Kosmos. Wenn man seine Assets auf Osmosis hat, dann kommt man von da aus auf fast jede Blockchain im Kosmos Ökosystem und es ist wirklich super einfach, USDC dahin zu bekommen. Wenn man zum Beispiel USDC auf Arbitrum oder auf Ethereum hat. Und wie das genau geht, das zeige ich später noch in diesem Video. Aber jetzt erstmal, wie geht das hier mit dem Leasing? Also angenommen, ich habe jetzt schon meine USDC auf Osmosis und möchte mir gerne den aktuellen Etherpreis sichern. Dazu zahle ich erstmal meine USDC hier bei Nolus ein. Und Nolus ist übrigens eine dezentrale Plattform. Das heißt, Nolus selber hat keinen Zugriff auf meine Assets. Was ich hier hinterlege, das fließt nicht in irgendeinen obskuren Pool oder so. Die Assets werden nur in einen Smart Contract eingelegt und können da dann auch nicht mehr raus, außer mit meiner eigenen Erlaubnis. Und für die Einlage suche ich mir erstmal in der Asset Liste hier den USDC aus und klicke hier rechts auf diesen Button mit den zwei Pfeilen. Und hier gehe ich dann auf Receive und suche als Netzwerk Osmosis aus und dann als Asset den USDC. Danach gebe ich hier meine 1000 Dollar ein als Einlage und schicke das Ganze ab. Und hier in meinem Beispiel mache ich das mit einer größeren Summe, weil ich gleich noch ein paar Sachen zeigen will. Aber meine Anzahlung ist 1000 Dollar und das reicht normalerweise am Anfang locker aus. Und wenn die Transaktion durch ist, dann habe ich schon mal meine Anzahlung auf Nolus liegen und kann jetzt eine neue Leasing Position eröffnen. Dafür klicke ich hier links auf Lease und dann auf New Lease. Und hier stelle ich meine Anzahlung ein und das Asset, das ich leasen möchte, geht natürlich auch unter 1000 USDC. Aber ich mache das jetzt hier eben mit diesem Betrag. In diesem Fall ist das der Wrapped ETH, der W ETH, was grob gesagt dasselbe ist wie der ETH. Und daraus lässt sich dann später problemlos auch ein richtiger ETH machen, wenn ich fertig bin. Und unter Position Size sehe ich dann, wie viele ETH ich insgesamt bekomme. Und weiter unten unter Borrowed sehe ich, wie viel USDC Nolus mir leiht, damit ich diese Menge an Assets auch bekomme. Mit dem Regler hier kann ich das auch verändern, sodass ich mir auch weniger ausleihen kann. Klar bekomme ich dann natürlich am Ende auch weniger ETH raus. Und man sieht hier auch den Zinssatz für das Darlehen und auch einen Liquidierungspreis. Und am besten sprechen wir darüber gleich erst, weil es später da noch eine schönere Übersicht gibt. Und jetzt erstmal bin ich hier im Prinzip fertig und kann die Transaktion auch abschicken. Und wenn die Transaktion dann unterwegs ist, dann komme ich hier auf diese Seite, wo ich sehen kann, wie meine Leasingposition eröffnet wird. Und das dauert jetzt ein bisschen, so ich würde sagen etwa zwei bis drei Minuten. Und man kann den Fortschritt hier auch den kleinen Symbolen beobachten. Im Hintergrund wird jetzt ein Darlehen aufgemacht und von meiner Einlage zusammen mit den geliehenen US-Dollar auf dem Markt ETH gekauft. Die kommen dann in meine Position und gehören am Ende der Transaktion tatsächlich mir. Und wenn die Position dann fertig ist, dann bekomme ich diese Übersicht über die Einzelheiten meiner Leasingposition. Also jetzt lasst uns hier mal kurz über das Darlehen sprechen, was ich hier aufgenommen habe. Zunächst mal ist wichtig, dass der Zinssatz hier pro Monat ist und nicht pro Jahr. Und das bedeutet auch, dass die Zinsen einmal im Monat anfallen oder falls man vorher raus will, dann eben beim Ausstieg. Die Zinsen werden dabei einfach auf das Darlehen draufgeschlagen. Man hat also keine Raten und man kann das Ganze einfach laufen lassen, solange man möchte. Immer wenn man Geld hat, kann man also eine Einzahlung machen. Und wenn man gerade kein Geld hat, dann lässt man es eben bleiben. Der Zinssatz ist dabei aber, solange meine Leasingposition existiert, fix. Er ändert sich also nicht mit der Zeit, je nach Marktsituation oder so. Allerdings, je nachdem, wie viele Leute gerade Leasingpositionen offen haben, geht der Zinssatz für neue Positionen mal rauf und mal runter. Aber wenn man einmal seine Position aufgemacht hat, dann bleibt der Zinssatz immer der gleiche. Und außerdem gibt es auch keine Fälligkeit, also keinen Termin, an dem man das Darlehen zurückzahlen muss. Man kann es also so lange stehen lassen, wie man möchte, nur laufen dann natürlich mit der Zeit hier die Zinsen auf und das Darlehen wird dadurch mit der Zeit immer größer. Und das sieht man hier auch links unter Debt, weil da sind nicht nur die 1500 Dollar, die ich mir geliehen habe, sondern auch ein kleiner Dollarbetrag obendrauf. Und das sind die Zinsen, die hier in den letzten Sekunden schon aufgelaufen sind. Aber bei einem Prozent pro Monat dauert das noch sehr, sehr lange, bis da jetzt ein größerer Betrag zusammenkommt. Und natürlich ist das alles jetzt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ich meine, jetzt mal so ein Leasingvertrag ohne Raten, ohne Laufzeit, den ich nie zurückzahlen muss. Und das hätte ich natürlich auch gern für mein Auto. Aber leider gibt es hier auch ein paar Haken. Und ich würde sagen, der wichtigste Haken ist, dass ich anders als bei einem Auto die Ether nicht in mein Wallet bekomme, sondern dass die so lange bei Nulles bleiben, bis ich mein Darlehen komplett abbezahlt habe. Ich kann also mit den Ether erstmal nichts machen, also zum Beispiel auch nicht staken oder irgendwie schon mal ausgeben. Und erst muss das ganze Darlehen weg, weil die Ether als Sicherheit dienen, um mein Darlehen zu besichern. Wenn ich also das Darlehen nie zurückzahle, dann werden die Zinsen früher oder später den Wert der Ether übersteigen, die mein Darlehen sichern und dann wird mein Darlehen liquidiert. Das heißt, die Ether werden verkauft und mein Darlehen wird damit dann zurückgezahlt. Und dasselbe gilt auch, wenn der Ether-Kurs so weit fällt, dass die Ether nicht mehr genug wert sind, um als Sicherheit zu dienen. Weil das ein bisschen kompliziert auszurechnen ist, findet man hier bei Nulles auch den Liquidierungspreis, ab dem das passiert. Wenn der Ether also unter diesen Preis fällt, dann wird meine Leasing-Position automatisch aufgelöst. Und in diesem Fall ist das 1950 ungefähr. Aktuell liegt der Kurs bei 2900 Dollar ungefähr und da ist also noch eine ganze Menge Luft. Der Kurs müsste also um mehr als 33% crashen, bevor ich hier überhaupt erstmal ein Problem bekomme. Und durch die Zinsen geht der Liquidierungspreis langsam, aber sicher nach oben, weil ja mein Darlehen immer größer wird. Das muss man dann eben ein bisschen beobachten, aber das geht ehrlich gesagt ziemlich langsam. Etwas gefährlicher ist da schon der Ether-Preis. Hier oben sehe ich übrigens auch, wie viel ich angezahlt habe unter Downpayment und daneben steht dann der Preis, zu dem meine Ether gekauft wurden. Und hier ist jetzt der Trick. Weil die Ether schon gekauft wurden, ändert sich der Einkaufspreis jetzt nicht mehr. Das heißt, wann immer ich jetzt Ether kaufen will, ist es besser, wenn ich hier einfach einen Teil meines Darlehens zurückzahle, anstatt die Ether auf dem Markt zu kaufen, weil ja, je mehr von meinem Darlehen abbezahlt ist, desto mehr gehören mir die Ether hier wirklich. Und wenn der Marktpreis hier über meinem Einkaufspreis liegt, dann lohnt es sich mehr, hier was einzuzahlen, als die Ether zu einem höheren Preis auf dem Markt zu kaufen. Also egal, ob der Ether jetzt auch auf 3.500 oder auf 10.000 steht, es ist dann immer besser, wenn ich hier erstmal mein Darlehen abbezahle. Und umgekehrt, wenn der Ether-Preis unter meinem Einkaufspreis liegt, dann könnte es sich lohnen, den Ether tatsächlich auf dem Markt zu kaufen und vielleicht sogar zu staken. Und von den Einnahmen ließe sich dann ja das Darlehen weiter abzahlen. Oder es gibt ja noch ein paar andere Varianten, die man sich vorstellen kann, zum Beispiel, indem man Stablecoin staked und das Darlehen von der Rendite tilgt. Oder was auch immer, es gibt jede Menge Möglichkeiten, man ist da also super flexibel. Und wenn ich also dann mein Darlehen zurückzahlen möchte oder auch nur ein Teil davon, dann kann ich hier auf Repay klicken und zum Beispiel mit USDC eine Teilzahlung machen. Ich kann aber auch ein beliebiges anderes Asset verwenden, dann wird das einfach im Hintergrund frei rechnet. Und hier zahle ich jetzt in diesem Fall das gesamte Darlehen zurück, aber Teilzahlungen gehen jederzeit natürlich auch. Und ich will hier nur mal zeigen, was passiert, wenn man dann irgendwann mal alles abbezahlt hat. Und wenn man das macht, dann gehören einem die ganzen Assets, also hier die etwa 0,9 Ether. Und die kann ich mir dann mit dem Collect-Button hier abholen. Und diese Aktion, die dauert dann etwa zwei bis drei Minuten und wenn alles erledigt ist, dann liegen die Ether hier bei Noless bereit für mich. Und manchmal muss man dann die Seite neu laden, damit alles korrekt angezeigt wird. Naja, und von hier aus kann ich die Ether dann auf Osmosis schicken mit dem Button mit den beiden Pfeilen und dann via Send statt Receive, also umgekehrt wie vorher. Weil von Osmosis komme ich dann mit den Ethern praktisch überall hin, auch zum Beispiel nach Arbitrum oder Ethereum. Die Ether gehören dann also endgültig mir. Ja, und das war es auch schon mit dem Leasing. Das Prinzip ist also super einfach. Man leest die Ether zum aktuellen Marktpreis, stottert die dann nach und nach ab, später, wenn der Kurs oben ist, anstatt die Ether auf dem Markt teuer zu kaufen. Jetzt fragt sich nur noch, wie man die Assets hier zu Noless bekommt. Und dazu ist es am besten, man verwendet den Squid-Router, der sehr eng mit Osmosis verzahnt ist. Den Squid-Router findet ihr unter app.squidrouter.com und hier kann man wirklich von fast überall her Assets zu Osmosis übertragen und von da dann weiter fast überall hin. Dafür braucht man erstmal eine sehr geringe Menge an Osmo-Tokens, um Gasgebühren zahlen zu können. Und die kann man kaufen, wenn man zum Beispiel USDC auf Arbitrum hat, aber man kann auch alle möglichen anderen Assets auf ganz vielen anderen Blockchains nehmen, um Osmo zu kaufen. Sollte man eigentlich keine Probleme haben, irgendwas Passendes zu finden. Außerdem braucht man das Kepler-Wallet, das ja speziell für das Cosmos-Ökosystem geeignet ist. Auch das sollte ziemlich easy zu installieren sein, wenn man schon mal Metamask oder ähnliches installiert hat. Übrigens findet ihr alle Links dazu unten in der Videobeschreibung und es gibt auch jede Menge Tutorials dazu hier auf YouTube. Ich verbinde also hier bei Squid zunächst mein Ethereum-Wallet, also Rebi oder Metamask oder so. Und dann suche ich hier unten als Ziel Osmosis aus und wähle den Osmo-Token. Und das ist wirklich nur, um einen sehr kleinen Betrag für Gasgebühren zu haben. Also 5 Dollar oder so reichen locker aus. Außerdem muss ich noch hier die Zieladresse eintragen und das übernimmt der hier, wenn das Kepler-Wallet installiert ist, automatisch. Und wenn ich die Transaktion dann abschicke, dann werden die USDC an Osmo übertragen und im Hintergrund umgetauscht in Osmo-Tokens. Und das dauert so circa eine halbe Stunde, klappt aber sehr zuverlässig. Und wenn ich schon einmal dabei bin, dann kaufe ich hier auch direkt noch NOLUS-Tokens, also NLS, um bei NOLUS auch das Gas bezahlen zu können. Und das geht komplett nach demselben Prinzip. Also hier reichen auch 5 Dollar locker aus. Und am Ende, wenn ich sowohl auf Osmosis als auch auf NOLUS ein paar Tokens für Gas habe, dann mache ich dasselbe nochmal mit den USDC, wobei hier wichtig ist, dass ich den AXL-USDC nehme und keinen anderen Token von den ganzen USDC-Varianten, die hier angeboten werden. Und wenn dann alle Tokens drüben sind, dann kann ich bei NOLUS ganz normal meine Leasing-Position aufmachen. Und später, wenn ich jetzt meine Ether bekomme, wenn ich also mein Darlehen fertig abbezahlt habe, dann kann ich einfach dasselbe Prinzip nutzen, um die Ether zurück zu transferieren zu Arbitrum oder Ethereum, indem ich jetzt den Squid-Router verwende, nur andersrum, also von Osmosis zu Arbitrum. Okay, NOLUS steht übrigens noch ganz am Anfang seiner Entwicklung und aktuell gibt es ein Limit für die eigene Einlage von ca. 4.000 Dollar. Und das bedeutet, man kann maximal eine Leasing-Position von etwa 10.000 Dollar aufmachen. Und das wird sicher eines Tages mal irgendwann erhöht werden. Und außerdem wollen sie jetzt noch ausgewählte DeFi-Strategien einführen, in die man die geleasten Tokens dann einlegen kann. Also zum Beispiel, sagen wir mal Ethereum-Staking oder so. Und das hilft dann, das Darlehen schneller abzubezahlen oder auch einfach nur die Zinsen automatisch zu decken. Und natürlich wird die Asset-Liste auch nach und nach noch erweitert werden. Und sicherlich schaue ich hier ab und zu mal vorbei und dann berichte ich auch, wenn sich irgendwas Neues ergibt. Und wenn ihr jetzt mit dem Cosmos-Ökosystem etwas fremdet, dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, das alles einfach mal auszuprobieren mit kleinen Beträgen. Es dauert wirklich nicht lange, dann findet man sich da ziemlich gut zurecht. Und falls es dann doch nichts für euch ist mit Curve, lässt sich etwas Ähnliches abbilden mit dem Leverage-Produkt von Curve USD. Und dazu gibt es von mir auch ein Tutorial und das blende ich jetzt hier einfach mal ein. So, und das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Alles Gute, viel Erfolg und Tschüss! Alles Gute, viel Erfolg und Tschüss!